Und als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine erste Freundin kennengelernt, ich habe die online kennengelernt, aber nicht so wie ihr denkt, Lawu, Badu, Tinder, nein, Knuddelz. Du bist ja der Mädels, ihr habt's nicht gesehen, ich sag Knuddelz und er macht einfach den hier. Wie heißt du mein Freund? Ahmad. Ahmad, hast du auch Knuddelz damals? Durch Mafia, du weißt. So, oder? Ey, seid ehrlich, nie hatte einer eine Kamera, oder seid ihr ehrlich? Hast du ja kenn, Bruder ist kaputt, ja?